Von Starkregen spricht man, wenn es innerhalb kurzer Zeit sehr viel örtlich begrenzt regnet. Starkregen führt zu Überschwemmungen, zu Überflutungen, die sehr plötzlich kommen können, auch außerhalb von Flüssen. Und damit wir die Bürger gut in Kenntnis setzen und informieren, haben wir als Stadt Kassel eine Starkregen-Gefahrenkarte veröffentlicht, wo sich jeder informieren kann. Um herauszufinden, wie Ihr Grundstück oder Ihr Haus gefährdet ist, können Sie auf der Starkregen-Gefahrenkarte nachschauen. Dort sehen Sie, wie hoch das Wasser voraussichtlich steigen wird und welche Fließgeschwindigkeiten es hat. Auf der Webseite von Kassel Wasser finden Sie Informationsmaterial, wie Sie Ihr Haus oder Ihr Grundstück schützen können. Kassel Wasser bietet Ihnen darüber hinaus auch noch eine persönliche Beratung vor Ort an. Wir empfehlen, sich zu informieren, weil wir davon ausgehen müssen, dass durch den Klimawandel die Starkregenereignisse häufiger und wahrscheinlich auch noch heftiger in Zukunft auftreten werden.